Was geht ab meine Damen und Herren, mein Name ist K1 und ich bin mit meinem Bruder Red Café, live aus Brooklyn und wir sind gerade beide unterwegs, beide auf Tour und ihr seht mich heute Abend in Rottweil im Club Fame. Im Club Fame, ich hoffe ihr kommt heute Abend, mein Bruder Red Café ist auch auf Tour, wo bist du? What up, what up, it's the hottest in the hood Red Café, motherfucker, I'm ill. Come see me in my tour, I'm in Brayman. Today we're in Karlsruhe. Karlsruhe, Karlsruhe. Make sure you're in the building. Shout out to my dog, K1. Crime page, motherfucker, believe that. Alright, hold on, rap, rap, one more time.